Einen flaschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys aus der Season 4. Ich bin mir nicht sicher was das Thema ist, aber sieht ein bisschen Hightech mäßig aus. Und ich habe jetzt hier mal den FG4041 Modus ausgewählt. Ich habe überhaupt keine Ahnung was das ist, aber wir springen einfach mal in die Runde und dann schauen wir mal was es denn hier so Neues gibt. Okay, da haben wir schon mal ein sehr altes Spiel. Ich denke mal es werden neue Minigames dazugekommen sein. Ich habe ja auch einen extra Modus dafür ausgewählt, so viel die Zeiten stehen, da habe ich keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach das Update runtergeladen. Ich weiß auch gar nicht seit wann die Season draußen sind. Ich habe sie jetzt einfach runtergeladen und wollen einfach mal schauen was so Neues da ist und ob es auf jeden Fall Bock macht, die neue Modi. und das werden wir gleich mal überprüfen, nachdem wir hier die ganzen Loser zerstört haben, weil wir ja so krass sind. Ich spiele jeden Tag 8 Stunden und da haben manche diesen Fernseher- oder Kartonskin. So, nochmal drüber und zack. Oh, diese Banane will ich auch mal haben. Nein, ey, ey, das ist nicht fair. Ja, das ist sowas von... Hello, es gibt Haie. Es gibt inzwischen so viele neue Skins, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass die existieren. Komm jetzt, mach auf. Danke. Sehen auch hier schon ein bisschen wie Ostereier aus. Ostereier aus. So, zack, drüber und dann werden wir hier den Rechten nehmen und zack. Und rein mit uns der Powerful Fallen Pinguin, der in Wirklichkeit ein Horthog ist. Weil ich bin FBI-Agent. Nur das weiß niemand. So, was haben wir denn hier so für neue Skins? Hä, ist das ein Among Us-Skin? Das ist doch ein Among Us-Skin. Hä, seit wann gibt's das denn? Ist ja cool. Ich würde es interessieren, ob die dafür was zahlen mussten. Okay, das sieht nach einer Menge cooler Spiele aus. Bitte irgendwas Neues. Ich will irgendeinen neuen Spielmodus haben. Das sind jetzt erst so weit wieder... Oh, okay. Ich glaube, ich muss mal danach schauen, was diese Season hier genau sein soll. Das letzte war, glaube ich, die Winter-Season. Okay, Ritter-Parcours. Das war, glaube ich, Season 2. Okay, aber Ritter-Parcours mache ich auch easy. Das ist ja viel zu einfach, wie man sieht. Das ist ja überhaupt nichts. So, moin, Freunde. Na? Es geht... Das ist wirklich ein Among Us-Skin. Nur, dass der noch Hände dazu hat. Aber es gibt ja auch so ein Among Us-Mod, dass man da Hände hat. Äh, oh, oh. Lol, ja gut. Da ist dann auch noch mal... Äh... Was? Oh, nein. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich richtig festhalten tut. So, nein. Ich will noch mit drauf. So, dann machen wir das so. Okay. Nein, nein. Oh, ja, gut. Super. Ey, diese Äxte hier, die sind so einfach zu besiegen. Das macht schon gar keinen Spaß mehr. Ey, das kann's doch nicht sein. Ey, ich bin gleich... Ich tu gleich Ragen, ne? Ich bleib jetzt einfach hier drauf. Bleib jetzt hier. Das ist doch nicht deren Ernst. Immer auf der Seite, die ich bin, bin ich falsch, ne? So. Ja, jetzt kommt ihr drauf. Ne, 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 ne. So leicht mach ich's dir nicht. Wenn... Dann... Ja, es wird... Oh, nein. Jetzt hab ich gepennt. Oh, ja. Ja. E-Line-Checkpoint. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. So. Dann warten wir hier ein bisschen. Oh, wir müssen uns ein bisschen sputen, damit wir noch ins Ziel kommen. So. Zack. Dankeschön. So. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Brücken bauen. Ein bisschen Bob der Baumeister. Und... So, was haben wir denn hier so schönes? Das glaube ich aus der letzten Season. Bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen Modus schon gespielt habe. Naja, eine Season später ist... Ne, das hab ich noch nicht gespielt. Das sieht ja richtig geil aus. Komm, mein Hotdog. Renn um die Wurst. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Obwohl, ich glaube, das hab ich schon gespielt. Weil das hier kommt mir bekannt vor. Und das Gedrängle auch. Das Gedrängle gibt's eigentlich gefühlt überall. Ey, der hat ne Disco-Kugel. Wie geil. So. Zack. Und los. Ja, ein bisschen auf die Mitte brauchen sie alle. Zwei die schon. Und weiter geht's. Und zack. So, warte. Äh. Und los. Sag ich doch. Ist einfach viel zu einfach alles. Das mach ich eben nichts. Nur, ich busse mich noch mal ein bisschen zurück. Weil sonst wird hier wirklich ein bisschen einfach. Und es wär ja auch langweilig. Hey, was sollte das denn? So eine Frechheit aber auch. Ja, ich muss den anderen ein bisschen Vorsprung geben. Sonst haben die keine Chance gegen mich. Ja, sag ich doch. Ich bin einfach zu krass für diesen Modus. Also besser als ich kann man wohl kaum sein. Bring Kugli Orange lalalala geil. Ne, Fallalalala geil. Interessant. So, da sind wir auch schon. Oh, der Weihnachtsmann ist leider nicht weitergekommen. Naja, ist noch ein bisschen Zeit. Was haben denn die hier alles an? Nein. Also. Aber es ist geil, dass die nicht immer alle gleich rumrennen. Und es ist immer schön, einmal zur Season zu spielen. Und dann zur nächsten. Und dann hat man ganz viele neue Sachen, über die man sich freuen kann. Ah, das ist auch geil. So, jetzt will ich mal so einen Leucht-Neon-Modus haben. Die sehen richtig geil aus. Und es sieht nach Team-Matches aus. Aber okay. Können wir von mir aus mal machen. Was gibt's? Was gibt's? Ja. Wolkenrennen. Überwinde die futuristischen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Jo, die Sonnen sehen ja wie in Fortnite aus. Aber wie geil sieht das denn aus? Ist ja mega geil. Habe ich richtig Bock, das zu spielen. Ah, es sieht doch richtig schwer aus. Na gut. Wenn 32 durchkommen sollen, muss es ja irgendwie möglich sein. So, ich guck's mir mal von euch ab. Ach, das ist Wasser. Was? Äh, hä? Okay, das hab ich... Ey! Nicht schubsen. Hä? Bin ich dumm? Ach, man muss da zwischendurch mal. Ja, danke für nichts. Mal hier ein bisschen... sich saven. So. Dann geht's weiter. Äh. Ja. Die sehen mir nicht sehr seriös aus. Die kommen doch locker dann hoch. So, durch den Scan-O-Mat. Ach, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ah, okay. Jetzt weiß ich. Die wechseln sich immer ab. So. Jetzt wird der kommen. Genau. Jetzt wieder der. Jetzt wieder der. So, zack. Und drüber. Gut. Was sind das eigentlich für rote Teile hier? Äh, ist das jetzt hier verrücktes Labyrinth oder was? Ja, hallo? Da, da, da. Schnell, da, schnell durch. Bevor gleich wieder zu ist. Was gibt's da was? Oh, hä? Muss ich da so rein? Okay. Jetzt noch ein bisschen Laser. Laserkarussell. Was ist? Was ist? Hä? Lol. Ich bin... kurz etwas überfordert gewesen. Okay. Moment, ich will auch mitspielen. Nein! Aber das war ja mal richtig geil. Alter, das hat echt Bock gemacht. Okay. Ja, nice. Also. Das macht schon geil Bock, diese Modi. Auch wenn die zuerst schwer aussehen. Aber für mich sind die ja richtig einfach dafür, dass ich jeden Monat einmal spiele. Oder alle zwei Monate oder alle drei Monate, wann auch immer. Das hier wieder rauskommt. Moment, das steht auch hier beim Battle Pass. 44 Tage. Ach, das ist im Battle Pass diesmal. Und die Disco Kugel auch. Okay. Das sieht nice aus. Und der Among Us ist da. Among Us Spiegelei. Die haben wohl eine Kooperation zusammen. Inkognito. Ja, nice. Was ist das? Valtron Destiny. Der sieht ja cool aus. G1,21 Gigabon. Alter, hab ich mich grad erschocken. Na gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung. Da schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Folge als Season 4 schon gespielt habt. Und wenn nicht, ob ihr die jetzt nach dem Video spielen werdet. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal auf einen neuen Video. Haut rein. Abonnieren. Glock aktivieren. Und ciao. Leute. Ciao. Ciao. Ciao.